es gibt ja wieder Scooby Snougat Bombs Stimmen in der Zeit und Starf ich glaub das ist auch von Gott so gewollt denn es ist kalt und da braucht man so ne kleine Fettschee oh das glaub ich ja war die Weihnachtszeit vorbei, ich werde so viel Kilo an Spekulats gegessen haben das Problem ist nach der Weihnachtszeit kommt er zumindest bei den Supermärkten eigentlich Insta-Roster-Sagen ja ist okay ne den kauf ich immer vor ein Getsche ich meinte ich kauf da nicht Ostersachen fürs nächste Jahr cool ich dachte mir dieses Silvester jagen wir irgendwas in der Luft mal wieder was schwebt ihr vor? hm äh vielleicht haben wir irgendwie nen Kamin oder so den wir noch nicht kaputt gemacht haben ich meine ich muss ja auch mal nen Kamin äh kippen wenn ich das hab ja ja tötig gut geschrieben mal hm 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 jetzt die Osterzeit hat nichts im Prinzip was die Weihnachtszeit nicht hat da wird die Weihnachtszeit noch Sachen oben drauf ja wenn ich überlege durch diese Schoko-Osterhasen die gibt's ja auch als Weihnachtsmänner ist mir doch egal was ich da esse hm oder Spekulatel hast du schon mal Spekulatel bei Ostern gesehen? ich nicht ne hab ich nicht aber ich muss sagen die Eier sind so ne schöne Sache aber es gibt hm das einzige was Oster hat und leider nicht sind diese Krokant ohja oh hm 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 sind natürlich auch lecker hm hm wo denn das wir nicht fett sind ja ne vorgast 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 hm weißt du ich unsere Gene schützen uns von irgendwas oder machen wir irgendwas was andere nicht machen weil wir sind auch ziemlich aktiv muss man sagen aber halt nur so saisonbedingt immer ich mein wir spielen Tennis true wir haben zu einer Batman und Volleyball gespielt ja Hochsprung aber auch versucht aber Go-To-Servo nicht so lange getan hm mhm dafür sind so Bodentour in Aktion mit Barren und so Stuffen da kann ich nichts ich liebe Barren ich liebe Barren ihr könnt Handsteine auf dem Barren you guys mhm das ist true Färmelder spackt schon wieder Tiff da ruhig tck usi zugehen wenn er Sprachsteuerungen hatte und dann jetzt ein Feuer ausbricht ne Ah, dann wird der Nicht-Alarm-Schlag. Ich habe vier Stück. Oder die fühlen sich vielleicht alle angesprochen. Die Polizei wird darauf feststellen, oh mein Gott. Kurz vor dem Feuer wurden sie ausgestellt. Was sollte der so was tun? Wir Tosk in den Feuer. Ne, das hat er nie gemacht. Ne. Das passt gar nicht zu ihm. Der hat mir noch seine Pläne erzählt. Welche denn? Ich habe ihm nicht richtig zugeheilt. Vielleicht hat er das auch nicht wirklich ausgesprochen. Sie können nach Scooby fahren. Scooby, was willst du? Ich war das nicht, you guys. Ich meine, wie soll ich denn alle vier Feuermelder ausstellen? Ach so. Was sind denn das vier? Ach. Wir wissen ja auch noch, wo die sind. Bei kurz in der Wohnung. Okay, you guys, aus eurer Sicht muss so aussehen, als hättet ihr mich. Also sperrt mich weg. Ich will alles sagen. Nein. Hahaha. Hahaha. Magst du eher Butterspekulatius oder Gewürzspekulatius? Gewürzspekulatius Buddha Ja? Mhm Ich kann mich nicht entscheiden Damals Unsere Latein-Sessions mit ausgewählten Leuten Genannt Lateinkurs Da haben wir zu Weihnachtszeit auch mal Spekulatius mitgebracht Mhm Wir waren gute Menschen, egal Wir waren Wir haben auch mal Eis mitgebracht Aber nicht für alle Ich muss das so vorstellen In der Pause vor Latein wollten wir Eis kaufen Es war nicht so viel Zeit, deswegen mussten wir auf dem Weg zur Schule zurück das bereits essen Als wir dann vor dem Lateinkurs standen, hat es erst schon angefangen und zweitens war immer noch Eis da Ja, man kann sich das so vorstellen Wir waren ja zu zweit und wir wollten auch nur Eis für zwei kaufen Also haben wir halt so eine große Packung gekauft Es war einfach preis-leistungsmäßig am besten Mit acht Stück oder so Ja Puh Aber totally worth it Ich kann jetzt seinen Namen nicht sagen, aber hat er einen angenommen eigentlich, so ein Eis? Nee, er meinte, er könnte es nicht annehmen Aber er war fast soweit, ne? Er hätte es fast gemacht Er hat es ja schon Wir haben es ihm ja sogar schon hingehalten Ich glaube, er hat es erst genommen und Oh Danke gesagt Und es dann aber wieder zurückgegeben Nee, kann ich nicht machen Und dann hat es einem anderen Schüler gegeben Ja Er hat sich auch ein bisschen aufgeregt Ich kann das nehmen Oh ja, hier bitte Ja, tschüss Aber trotzdem epische Aktion Muss ich euch den Lateinkurs auch so vorstellen, dass Scooby eigentlich nie Latein aus Aufgaben gemacht hat Wenn, dann mit Koja Und dann habe ich ja auch immer den Lehrer irgendwas gefragt gehabt dazu Ja, das habe ich so einmal im Monat gemacht Und dann war ich in einem guten Gedächtnis eigentlich Na, dann, dann, ähm Sah das so aus, als hätten wir echt voll den Plan Wollen wir jetzt zwischen zwei schönen Aktionen Sind die Übersetzung? Warnschubigwerden? Ja Ich glaube, er wollte ein Auge aus der Höhle holen Hm Ja, das heißt Höhle, stimmt, ja Ja Ja, Tank ist tot Warum ist der Tank gestorben? Hat er gesprungen? Nee, echt? Ich glaube, er hat es nicht verstanden Ja Ich kann hier schon mal Mars Resurrection hier zurechtlegen Ja, das heißt Ich kann hier schon mal Mars Resurrection hier zurechtlegen Almost Ja Ja Okay Ja Okay Ne Ich kann hier noch mal gut unterhalten Ja, das heißt Und den Hard-Mode kann man nicht resten oder was? Ich weiß auch nicht was sie leider haben Oh und haben sie schon mal Hard-Mode gerailten? Also sogar Solo? Oh Ja und warum sind sie noch Solo? Also ich finde es einfach scheiße, wenn ich mir erst mal 5 Leute suchen muss um Spaß zu haben, dann gehe ich doch lieber alleine Manchmal auch 20, was soll denn das werden? So viel kriegt man doch nie zusammen, das geht vielleicht einmal im Monat gut Oh man Ich sage in früher, da war das alles eine andere Dynamik, da waren auch 40 kein Problem So entwickelt sich halt alles Puff Man wird sich auch älter Weißt du was mir aufgefallen ist, oder? Die sind drei Tränen Alle so super hot und so Nur bei den Gesichtern, da sieht man bei dir einfach so ein Tierkopf Bläh 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 Was ich mich auch schon irgendwie anmache, ne? Hm Und wenn es mir nicht gefällt, könnte ich ihn ja einfach weglesen Wurde ich springe? Boah, ich... 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 Holy shit, ich komme Ich bin in der Säule Kommen Sie Es ist hellig Glitching World of Warcraft Juhuuu Scheiße wirst du raus Hm Nein, wer fällt zuerst durch die Welt Juhuuu Na, das merken die nicht Hätte man irgendwo das Quest abgeben müssen? Whatever Hier, hier Oder ich habe das Quest nicht verstanden Ach, zu viel in dieser Welt ist nicht zu verstehen Könntest du das Quest echt bei dem Typen abgeben? Ja Ich nicht Hm Dann hast du vielleicht das Ziel nicht erreicht Hier steht complete Naja Wäre halt auch zu schön gewesen, ne? Aber hier ist ein Quest gegen den Jungle Komm Inventar ist voll Komm Ja, die gute alte, ähm... Ingenieurs-ini, sag ich mal Ja Manche sagen auch Inst oder so Hm, aber ich kenne nur einen der erst, ne? Pfff Und das ist ne die Hehehehe Oh man Hehehehe Oder heißt es das, Toska? Ich weiß nicht, manchmal, ne? Wenn man weiß nicht Was ich tun soll Ah, das ist wie mit jeder Frau, ne? Entweder man ist gerade dabei zu verlieren Oder man hat schon verloren True True Geht nur darum, die Verluste Gering zu halten Gering zu halten Ah, deshalb bin ich Solo Raider Pfff 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 So ein Tool für Ich hab an Das hilft dann bei langen Sessions Es ist ein Add-on, also ist quasi wie eine App, ne? Du, man hat's halt immer dabei Es ist einfach Interface Oh mein Gott. Irgendwie ist es ganz entspannt in diesen alten Innies doch wieder mal unterwegs zu sein. Inwiefern? Weiß ich nicht, ich fühle mich entspannt, das wollte ich damit nur sagen. Du sagst ja immer, du findest ja scheiße. Ist ja auch scheiße, es immer zu machen. Ich finde es hier sehr schön. Ich find's ja nicht schön, genau, ich find's hier entspannt. Und ich sag das nicht, weil ich Beweise vorbringen kann, es ist einfach mal eine emotionale Lage. Ja, ich level ab. Du hast gleich schon wieder level. Wärst du nicht? Ich bin bei der Hälfte. Wie kann das denn sein? Ah ja, wegen den Quests, die wir alle nicht machen wollen. Ja, jetzt siehst du mal, wie ich mich fühle. Immer denn je ohne Quests gewesen zu sagen. Ich kann das handeln, denke ich. Wärst du jetzt auch 29, wäre es super awesome. Weil, ähm... Dann können wir ins nächste Gebiet, aber vielleicht können wir auch mit 28 ins nächste Gebiet. Mhm. Oh, ich hab mich nicht mehr lieb. Warum Scooby, ich hab dich noch lieb, ne? Mhm. heißen würden sternen der teleme öffne dich bei nice culture die ganz gnomisch irgendwas musst du ja können sprich auf und tritt ein auf wer verquält das ding wenn es bei aufschneidet sprich auf da war die erbauer hat man keine zeit mehr zu testen weil ich schließe die slot ich kann da sitzen jetzt und ist das ist es 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 Vielen Dank. Explosionen, Explosionen Ne Bombenstimmung hier Oh, die Thiefmen Dings, das hast du gekriegt Na jetzt, wir teleporten out und in Ich hab mein Beutel nicht gekriegt Weil ich zu voll bin Ich hab schon immer ne Beutelverstimmung Nice, Beweglichkeit und Ausdauer, das nix Das wäre in eines Kampfs nicht möglich Windchir Windchir Wo muss man ein Button pushen? Wo ist Rippo? Komm, wir gehen schon mal vor. Der Push, der Push, der Buttons. Der Geisterwolf ist super fast. Oh Gott, ich habe noch nie so einen schnellen Wolf gesehen. Dankeschön. Komm dann. Wir kommen hier nicht weiter. Meine Fresse, Gorda. Wie konnte das passieren? Fuck you! Willkommen mit, Gorda. Willkommen mit. Jetzt hat er mich rausgeportet. Ja, wir springen alle hin. Ach, ihr macht es doch mit Absicht. Da muss man ganz allein drauf lassen. This way, jump down again, jump down again. Ich bin ein Geisterwolf. Ich laufe durch die Welt. Und du heißt Vicky. Dum dum dum. Das kleine Buschkänguru. Vicky. Wickwapo, jetzt neu. Mit noch besserer Verfilmung. Denn die Dosis wird verdoppelt. Wo seid ihr dann gewesen? Ah, ha. Siehst du uns? Wie soll ich denn da durchkommen? Du könntest springen, Gorda. Ich bin schwanger, du bist schon gesprungen. Entschuldigung. Du könntest außen rumlaufen. Sieh, ich laufe durch die Mitte. Halt dich bereit. Das sind nur die Momente, wo ich mich frage, ob Kojo weiß. Ob es weder Tank noch Tudder wird. Aua. Schmerzen. Kojo, ich bereite ihm Schmerzen ja nicht so schnell vergessen. Ähm. Rettet mich. Mir glaube ich mir das gut passiert. Rettet mich. Äh. Live-Tab. Ich bin... Ich bin frei. Nein, er folgt mich. Gut, Belgium. Donnerschlag. Warum helfen ihm diese Wache nicht? Was ist denn das für eine Scheiße? Ich wusste, ich hätte Pikachu wählen sollen am Anfang. Hm. Den kann man nur in einer geilen Medizin am Anfang nehmen. Was habe ich? Türkische Edition? Nein, das ist keine Farbe. Türkis ist die Farbe. Das gibt's. Türkis. Ich erinnere mich hier. Ähm. Als... Als Hordler. Ähm. Muss man die bei dir töten. Und das kurz abgeben. Ja. Wir haben das sogar auf Video, glaube ich. Weiß nicht genau. Wie... Wie... Wie können wir das denn auf Video haben? Hahahaha. Der Koja ist sehr gut im Verdrängen. In die Sachen... Wie...